Herzlich Willkommen bei einem neuen Video. Ich bin hier nur zur Akademie Bremen. Mein Name ist Thorsten Ritz und heute zeige ich euch Kata Dori. Und zwar gegen beidseitiges Greifen an beiden Handgelenken. Ich werde gegriffen an beiden Handgelenken. Ich kreiere mit meinen Händen einen Schmetterling, greife hier dabei den dicken Daumenmuskeln an, ziehe den Daumen runter, strecke ihn hier rüber und greife mit der anderen Hand hier lang. Wenn der Gegner so los ist, kann ich hier am Boden drehen. Und festlegen mit Händen machen wir entweder von hier, von hier, oder von hier. Das Ganze nochmal von der anderen Seite. Sehr gefasst. Weiche ein bisschen aus der Angriffsdirektion raus, greife hier den Daumenmuskeln. Wenn in dem Moment wo die Hand so ist und er loslässt, mit dem Kick reiße ich ihn runter, kann ich ihn hier rüber ziehen oder da rüber ziehen. Ich kann alle möglichen Verwertungen machen, um ihn am Boden zu fixen oder zu spüren. Okay, das war Kata Dori und wir sehen uns im nächsten Video. Gebt mir dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Teilt es bei WhatsApp, bei Facebook, bei Xing oder sonst wo. Schreibt mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Untertitelung. BR 2018